Die I.M. Keyband wurde 2015 vom Songwriter Jon Kieferle gegründet. Die klassische Besetzung Schlagzeug-Bass-Gitarre wurde durch zwei Sängern und Keyboards erweitert. Die Band spielt modernen Rock mit lyrischen Texten. Auch Independent Elemente und Vogue finden sich da wieder. Die Band wurde vor allem durch ihr Video und ihren Song Story of Rose bekannt. Das für den Landesmedienpreis 2017 Baden-Württemberg nominiert wurde. Die Band spielt überregional in ganz Baden-Württemberg und war auch schon im Radio zu hören. All die Band. Die Band spielt überregional in der Reden-Württemberg. I'm not like, you see, I promise to go back just to get my peace, it's okay. My other days from the night, I'll be lying at once, I'll be down the door, and I'll ask you some girl, what are you looking for? Today, I can't believe you're a sister, in fact you're a friend, it's like me and your face, come on, just listen, I'll be back here, just sing. I'm not like, 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 I'm not Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1.